hallo meine lieben freunde und willkommen zu einer weiteren runde von let's play letzter zweifel black ops 2 und heute zwar wie ihr gerade seht dann blau der herr dreamtex ist dabei hallo ja ich rede jetzt auch etwas lauter schade dass man den herr dreamtex nicht sehr oder elett relativ leiser hört ich habe schon black ops ein bisschen runtergerät dann hört man ihn ein wenig genau immerhin ja tut sich nicht viel moment noch beitritt zur lobby und das wird schon wieder nichts das habe ich so oft den letzter zeit dass ich einfach nicht rein kommen vier spieler sind dann online steht das irgendwo 9300 müsste eigentlich funktionieren probieren es noch mal seit 299 was wo spielen wir entscheide du okay wir suchen noch spieler troll 0 1 level 52 ah scheiße war klar luke der wird auch glaube ich gleich gehen oder doch nicht ja jetzt kommen sie wir suchen ja immerhin schade war noch nicht klappt das Wann lädst du eigentlich mal wieder ein Video hoch? Demnächst, ich hab fertig gewendet. Demnächst? Also liebe Community, vorbeigucken. Ja, ich muss nochmal hochladen, das ist ein Ding. So, los geht's. Maus und wieder raus, treibungslos. Maus, Ding, Set. Da war der Erste. Ähm. Nein! Erster Kill. Scheiße. Ähm. Aha. Erster Kill. Scheiße. Alter, das ruckelt bei mir extremst, was'n los? Ah, da bist du. Hi. Boah, Schock des Lebens, boah. Scheiße, ich hab schon wieder nicht geguckt, wo ich die Granaten hab. Oh. Ja. Feindliche Drohne näher sich. Ja, der hat auch so ein Bauarbeiter. Tut sich nicht viel. Kann die mal sehen. Oh. Oh, oh, oh. Nein! Achtung! Feindliche Konterdrohne ist aktiv. Nein! 2 zu 2, ich bin Erster. Aber schon voll schlechter Schniper. Ich weiß nicht, wo meine Granaten sind. Dürften auf G sein. Ja, egal. Ich brauche. Ich bin überfällig. Ja, 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 ja. Wenn ich schnelle Bewegung mach, ruckelt das bei mir. Ich weiß nicht, woran das fliegt. Ich lade nix hoch. Gar nichts. Boah. Alter! Ach, den hat er erledigt. Komm, es ist Sonntagnachmittag, wo sind die Leute? Chillen die alle hier? Ähm. Sind die alle Eierschaukeln oder wie? Also irgendwie ruckeln bei mir die Personen durch die Gegend. Wie ist es bei dir? Geht. Ein bisschen, aber ich soll es mal gut spielen. Verdammt. Ich hab dich mal überrascht hier, ne? Ach, da bist du. Nein, du warst da in dem Dingens drin. Da bist du. Okay. Hallo. 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 Nein, das gibt's doch nicht. Doch. Mann. 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 Komm mal, ne Sekunde. Kommst ne Sekunde ohne mich, Klauder? Weil ich muss kurz ne Sekunde was machen. Ja, ja. Mach. 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 Na los. Na los. Na los. Na los. Geht doch. Ich komm wieder. Come back. E-Aa-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a. Wenn du das mal machst. ja wo geht es hier raus da geht es raus jetzt habe ich ich habe bei mir die tastmeldung geändert ich weiß gar nicht wo die übersicht ist da miss da laufen die wieder zu zweit kommt schon wo bist du ich weiß doch dass du da bist anscheinend nicht mehr aber nur die was nein 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 ach so was Was? Ach, Mann. Ich glaube, ich tue mal gleiche, wenn wir dann die Runde beendet haben. Verdammt. Ich glaube es nicht. Was ist denn heute wieder los? Fuck. Ich hatte ihn in der Kle... Ich hatte ihn... Ich auch, Mann. Hey, guck mal, woher vor mir ist. Aber dann... Warum habe ich eigentlich keinen Thron? Ich bin beim Nachladen! Weißt du, mal gibt es so Runden, wo ich sage, jawoll! Weil manchmal gibt es... Ja! Wow! Ah, Mann. Hätte ich jetzt die Granate gehabt. Wo habe ich die denn? Auf der 1Q... Wo habe ich denn die Granaten hin? Scharfschütze. Habe ich die auf G? Nein. Wo habe ich die scheiß Granaten hin? Ah, jetzt ist der Jet. Scheiße. Ich... Verbündeter Blitzschlag steht davor. Hellstorm-Rakete unterwegs. Ah, Hellstorm. So. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich gucke gleich... Gleich mal in den... Einstellungen, woher ich die Granaten hin habe. Ah, Niederlage. Ah, du warst der letzte Abschuss. Scheiße. Er wurde nicht erfüllt. Rückkehr zur Basis für neue Befehle. Doch, ja, ich wollte... Da wollte ich ihn gerade... Hör mal in den Schützen! Scheiße. Gleich mal, was heißt du? Ah! Verdammt. Gut, das war erstmal die... Oh, ich habe was freigeschaltet. Yay! Ich gehe nochmal kurz raus aus der Lobby und dann... Ja, sehen wir uns dann in der nächsten Folge. Heyho und willkommen zurück nach diesem Video auf der Endcard. Hier nochmal so ein kleines bisschen Werbung für ProfitLP, also für mich. Du kannst jetzt auf meinen YouTube-Channel gehen und dir weitere Videos angucken oder mir auf Twitter schreiben. Kritik und so ein ganzer Bullshit. Oder auf Facebook will ich natürlich auch vertreten. Was jetzt hier nicht eingeblendet ist, ist Google Plus, aber der Link ist unten und Skype auch. Schau mal vorbei. Ich freue mich über dein Kommentar, Abo oder sonst irgendwas. Würde mich freuen und würde auch meinem Kanal helfen, wenn du und auch andere Leute meine Videos weiterhin sehen wollen. Und ja, vielleicht überlege ich auch mal irgendwie mal Livestream zu machen. Oder auch nicht. Ich weiß es noch nicht. Gut. Stay tuned und wir sehen uns dann im nächsten Video, wenn du dabei bist. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.